Hallo meine Freunde, zum weiteren Video von NURNBOSS! Ihr kommt zu meinem Video, meine Freunde! Ihr kommt zum heutigen Thema, Mann! Farid Bang, man! Diss Influencer und YouTuber, man! Und Rapper, man! Seine Aussage, meine Freunde, ist, dass sich sämtliche YouTuber, weil die von der Steuer Angst haben, macht du mal einfach... Gehen, ihr wisst doch, was ist halt, Mann! Die haben alle Angst vor der Steuer, Mann! Könnt ihr euch keinen Steuerberater leisten, Mann? Macht ihr hier den Sam Desu? Der Typ bezahlt 8000 Euro für so einen Typ, der seine Videos schneidet, Mann! Das kann man doch alleine! Julian Boss macht das auch alleine! Mein Gott, was ist denn mit den YouTubern heutzutage los, Mann? Ich muss wohl die Szene... Ich muss die ganze Szene zerreißen! Wenn Julian Boss kommt, wird die Szene zerstört, Mann! Da ist kein Stein mehr auf dem anderen! Und das geht aus an alle YouTuber, Mann! Ihr habt doch keine Chance, die Jungen zum Boss, Mann! Die haben doch alle Vakation! Und die Fans der YouTuber, Mann! Überlegt euch, wen ihr feiert, Mann! Ihr müsst real, die feiern, die Jungen zum Boss, Mann! Und nicht die Faker, Mann! Und so, meine Freunde... Der Fakit Bang zerstört alle und sagt alle Influencers, die noch Dubai, Mann! Und bald werdet ihr auf dem Rapper sein, meint ihr, ja! Ihr habt recht, Mann! Dann werdet ihr vielleicht Flissi in Dubai sehen, weil er alles für das Steuert oder King Kachil oder wie der heißt, Mann! Und die anderen auch, Mann! So, jetzt schnell zum letzten Thema, meine Freunde! Kollegah kündigt den Trick an, meine Freunde! Gegen Jaxxon! Der Beef geht also weiter, Mann! Ihr wisst Bescheid, meine Freunde! Das war's mal wieder von diesem Video von mir! Boah! Abonniert und like! Nicht vergessen, meine Freunde! Und ciao!